be danke für's aufmachen Danke fürs Aufmachen Du kannst doch nicht drei Leute gleichzeitig aufmachen, also es steht immer nur eine. Hier. Wir werden den EMP verlassen, verkaufen das Flugzeug, um den Rest der Operation zu finanzieren, um die LATE-B's zu schicken. Nachdem musst du den EMP hier herstellen. Wir werden einen Helikopter von... hier... und wir sollten gut gehen. Okay? Great, good, kenne mich. Also was jetzt? Wir müssen auf ein Schiff, dort müssen wir ein EMP stehlen, das zu dem Ort bringen, das Flugzeug verkaufen, in dem das EMP drinnen war, und dann mit einem Hubschrauber irgendetwas anderes machen, das ich nicht verstanden habe. Okay. Also besorgt euch in einem EMP-Gerät, um Human Labs den Strom abzustellen. Es ist momentan in einem Hydra-Senkrechtsstart eingebaut, also in einem Chat. Oh. Ja, würde ich sagen... Ach, ja! Hallo und herzlich willkommen überhaupt! Ja, hallo, mit dabei sind wie immer der TKW da, Markus und der Dome. Ja, und der David. Ja, und ich. Der David. Ja, boah, alter! Und der TKW. Aber das EMP müsste... Wird das EMP nicht eigentlich den Chat ausschalten? Weil der ist ja auch auf Strom. Ist ja nicht Kerosin? Das ist unser Problem. Wir fahren ja dann. Ja, wird irgendwie schon so sein. Also nein, nicht Vorauswahl, sondern gespeicherte Outfits, danke! Schwierigkeiten normal, Panzerung, bla bla bla, alles schießt mich trotzdem. Los geht's. Are you ready? Jo. Passt. Los geht's. So. Nein, nicht elegant, Jun. Aktuell. So. Los geht's. So. 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 Jawohl, in der Nacht ist... Du, der sind so linke. So. so begibt sich zum Ding gehen das zu tun und in die ja lass uns zum Ding die Dienken und wenn die Dinger weil man so will die Tür abfahren die sieben heute genommen haben erst in der jahre es ist aber auch nicht mehr so wie zentraler ist Alter, ich muss mir ja noch ein scheiß Auto in den Weg, ey. Weg! Wenn ich mich nicht irre, kenne ich diese Mission sogar schon. Oha. Da müssen wir aber, glaub ich, so'n Heli von nem Schiff runterholen, ne? So'n Heli? Habt doch gestern einen Schiff. Nee, ist doch... hieß doch MP-Gerät. Achso, stimmt. Dann war das vielleicht doch ne andere, die ich in Erinnerung hatte. Kannst ja. Durch als möglich. Ist es durchaus so lecky? Ne. Nee, ist gut. Aber wie war's vor... gerade kurz noch voll lang. Oh, da bin ich ein bisschen weitergeflogen. Oh mein Gott, das Geld war. Ah. Autsch. Wartet mal auf mich. Das brauch ich auch noch. Ich brauch noch anderthalb Kilometer. Ja. Wieso bist du da stehen, bitte? Was legt. Wieso? Ich weiß nicht wie weit wollen wir da hinfahren. Wollen wir da stehen? Ja. Ja. Gehen wir das? Was ist das da unten? Denkt jemand? Hier fahrst du so arg rum. Ja, unten steht's, das Ding. Das ist ein Schlagboot. Was mache ich? Okay, da ist eh niemand. Dann können wir hin. Ja, ja, wir müssen ja da einsteigen. Ja, ich bin in den Schleudern geraten. Aber wir müssen noch. Wir kommen voll schnell runter. Warte oja. Pass noch auf. Alter. 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 Du hast meine gesamte Panzerung weggemacht. Nice. Nice. Sorry. Ist auch irgendwie komisch, dass die Panzerung bei... Bei, bei... Autounfällen weggeht, sozusagen. Ja, ich meine. Ich wäre einfach tot, wenn ich die nicht gehabt hätte. Wer fährt? Tod, ich weiß. Lass mich fahren. Boote will ich fahren. Nein, nein, ich möchte Boote fahren. Wer ich der erste da ist. Solange ich kein Heli fliegen muss. Oder Flugzeug. Bitte allein steigen. Nein, das ist mein Anzug nass, ey. Ah, das ist ja schön. Mit deinem Zylinder, Alter. Boote, was ist das? Ja, wir sollten vielleicht jetzt schon die Masken aufsetzen. Hm. Kann man da mal anlegen. Eigentlich dürfte das da eben strachen, wenn man die nicht anhat, oder? Nein, aber... Es kommt auf... Aufs RP an, ey. Habe ich meine Masken an? Ja. Nice. Haben wir die Geisse? Ja, aber ich hab's in Grauen durch den Schwarz. Nice. Ey, warum hab ich dich nicht angezogen? Du darfst doch nicht nochmal drücken. Du darfst doch nicht nochmal drücken. Du darfst doch nicht nochmal drücken. weiter wie weiter Schritt weg ist die Sektor wir sind ein Zeichen kommen weil sie sich in die Stimme so ich bin gespannt wenn es so cool wenn das steuern könnte so ein Teil das wäre so geil vielleicht gibt es da für alle eine Mod dafür, das wäre cool aber wo Mods, macht ihr das dann auch mal? ja, das Problem ist nein, nein, nein los, rein da ok, David willst du noch einstecken? ja, ich will komm her dann komm her, David gut, 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 gut Lenk rechts jetzt komm auch steigen, David was war das denn jetzt? oh, gezieht mich was, wir sind auf deinem anderen das ist ein kleiner Weg, das da musst du rechts alter ups dann gehen wir da raus ja ja ich glaube das tut mir immer Ladies first ja, das sind Gegner nice oh, das hundert mich jetzt aber ja 3 2 oh Gott 3 oh Gott versteckt nicht hier schießen total aber mehr 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 in der Klinik und die Treppe was wir ein Tätisch für 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 Strafregister haben müssten da geht das schon tot und zwar explodiert was glaube ich noch immer kann die Raketen abschießen die schießen da da draußen welche schießen die Lenkraketen die schießen die mit Lenkraketen nein aber da liegen welche für für die Jets zummeist das sind gleich am liegen das ist cool ist der eine da ich hab noch einen Rückenkreis der ist in einem anderen Raum oder und ich habe schon Nimm die Treppe Moment mal wo müssen wir eigentlich hin da rüber da nehmen wir die Treppe ist es die Treppe sollen wir die nehmen ja auch wahrlich da schaut's da ist der Punkt ja stimmt da Alter hier du manchmal aber wir sind die Treppe aber da ist der Punkt da ist der Punkt aber wir haben wissen aber falsch achso warte jetzt mal auf uns bitte ja da sind wir gleich drüben ja ich muss mal was essen wo sind die rein da in der Mitte Inventar Accessoires nein nicht dass es war oh hi hi Leute die steigen weiter rauf steigen weiter rauf ok ah warte halt Moment ich bin grad fail so alles ok ja ich ja ich darf ja ich darf jetzt fliegen jawohl aber wie kommt ihr weg ja ist mir egal der Anhalter nein 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 geht Deckung geht Deckung ok oh der fast down wo steht der denn aua kommt jetzt auf was wo stehen die denn da hinten aua aua ich bin fast down ok jetzt geht die Deckung ist da die das war das war handelt nicht gut oh alter die E-Cola bringt's voll echt aber auch das ist voll am bringen oh hier ist einer hier ist der Brinkler kein Problem oh da ist einer ok ich greife die Hydra aber ja ich habe ich bin durch das das war Gegner und so ist klar weil die riesige sein das 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 scherz das scherz wir müssen diskutieren wie wie wahrscheinlich müssen uns auch er ist er ist er ist er ist das andere Schätzchen alter alter wie viele der Ernst nein wir müssen die Kampenjets ausschalten Ja eben, wir müssen unsere eigenen Jets Oh seize Ich kann nicht Gas geben Jetzt muss ich ja auch noch Jet fliegen, das ist ja schrecklich Komm schon steckern bevor ich abgeschossen werde Der gibt nicht Gas Ja ganz normal Alter Alter da ist noch einer Er hat nicht gelangt Der hält bei mir nicht ab Leute Alter warum lässt sich der nur mit dem Aufpassen Oh Alter Ein paar Schossen Wie kann ich jetzt nochmal das Fahrgestell einziehen Keine Ahnung Das ist kein Jetman Doch da steht nur einer Das ist die Frage Ja ich hab gefehlt sorry Oh mein Gott Die Frage ist wie Schieße ich und fliege ich gemeinsam Was? Ja aber ich muss ja mit der Maus Nein du musst ja mit der Maus Mit X schaltest du die Waffen durch Und mit A oder mit LB Oder mit RB Okay Ich glaub wir müssen das Wurscht Ich hoff mal Nein 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 nicht mit A Auf jeden Fall Glaub ich jedenfalls Aber wir starten schon am Flugtag Das ist gut Ich glaub wir müssen die Typen jetzt noch kennen Ey warum haben wir alle die gleichen Masken auf ey Ist ja weil es so wurscht Nein es ist nicht so wurscht Wir sitzen ja daneben Ding Ja okay Okay ihr müsst die normalen Jets fliegen Ich muss die Hydra fliegen Hab ich das richtig bestanden? Ja Aber ich hätte jetzt gerne einen wo keine Wand direkt davor ist Ja dann nimm dir einen wo keine Wand direkt davor ist Ja die haben wir nicht Bei uns stehen die drei Bin ja dabei ist ja gut Der wurscht sich auch Nice Dieses Mal sind wir auch gleich schon weg Dieses Mal sind wir schon wieder nah gewesen Jetzt sind die ja noch weiter Okay es ist abgehoben Ich glaub das wird zu kacke Das schaffen wir schon Ich sollte nicht genug treiben Ich muss selber sein Wacken müssen Ja wir wir werden geschlossen Alter ich hab eigentlich mitgenommen Ja das ist scheiße wir haben jetzt kein Weg mehr Ja weiss ich selber Ihr wisst doch, ich bin ja der schlechteste Typ im... Nee, das war nicht. Ja, dann schade, dass du nicht stirbst. Es ist mir wurscht, ob du ihn abschießt. Was würde ich denn davon nehmen, wenn ich reinfliege? Ausmachlich. Ich bin ausgeglichen. Blablabla. Das ist eine Ziel. Ja, der hat zum Scheiße Ball gedreht. Oh mein Gott. Oh, da darf ich wieder viel schneiden. Oh mein Gott. Alter, zwei schlechte Flugzeuge. Warte. Was? Ja, du und ich sind so nicht bei den Fliegen. Achso. Vielleicht sollten wir andere die Hydra fliegen. Weil, wenn er da will, der normalen Jett fliegt, kann er schnell irgendwie ausschalten. Nee, ich kann ja auch schießen mit der Hydra. Achso, aber du kannst keine Lenkraketen schießen. Doch, ich kann alle schießen. Also Minigun und Lenkraketen und Ungelenk. Ich bin jetzt einfach gut und kill alle. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. Oh Gott, Macher. Was ist, wenn zum Beispiel einer auf dem Deck bleibt und alle hat der Sniper? Das, wenn du das schaffst. Ich glaube nicht, dass das geht. Du kannst probieren. Weil ich glaube, am Boden bringe ich mehr Sinn, als überhaupt nicht. Du kannst probieren. Wir müssen wahrscheinlich noch öfters versuchen. Ja, ich kann ja wer denn testen. Kann vielleicht jemand Raketen werfen? Ja. Ich habe einen Raketen werfen. Dann versuch das doch mal mit denen. Ja, ich glaube nicht. Wir schauen mal. Das ist eine kleine Wiese. Okay. Ich weiß nicht, ich sehe ihn noch nicht. die die sich auch auf der Karte Kitsch alles er ist zu weit entfernt wenn ich mir was hole das ist auf jeden Fall die Hütte weil die geben da kann man sogar in den Schwebemodus umschalten sie schauen uns ja wo sind denn die alle es sind alle verschwindet sich ich lebe noch noch lebe ich da sind es alle das war knapp dann pass auf ok was empfehle ich gerade hin zu starten ja fast gibt es irgendwie irgendeinen Trick die zu treffen ohne dass die ausweichen ziel ja schon klar das war heute kann man die Raketen lenken allein ist die aber muss versuchen drauf zu bleiben das ist das ist also das 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 vierk immer rot bleibt ach das bist du ja ich bin jetzt aber ja 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 ich suchte noch hast du eigentlich das Fahrwerk eingezogen Gönigern ja nehmt das eigentlich ja 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 ich auch nicht ich auch nicht da sind ja noch zwei da einer bei euch und einer bei uns ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ja nehmt oder ach Alter unserer ist tot halt ja aber wo ist denn der ich geh jetzt schon nicht äh ich bin weg ach das war knapp ist das vorbei ja es geht jetzt überhaupt genau ich hab nicht einen gekriegt ich hab jetzt Copybrett Musik ich hab Gott so ich hab das Rad jetzt mal ausgeschalten ich sehe ich habe den David aber nicht so langsam okay ich soll keine Stanz machen oder hat man es auch ein bisschen kommen wie ist der Notfall das ist irgendwas wenn man lange Zeit Gas gibt das läuft hier gerade so komisch nicht versuchen wir Autos umziehen auf der Straße wahrscheinlich fliegt der David jetzt noch gegen ein Haus oder so wir dürfen noch einmal sterben warum ist mein Triebwerk eigentlich schon wieder drin außen reinig das Triebwerk Fahrwerk oder ich hätte ich schieße das Rad kein Notfall Zeichen ab geht das kaputt? nicht wegen Schockert ich komme nicht hoch 10 nein geht nicht kaputt ich fahr das ja okay sonst wir noch ein Leben haben jetzt sollten wir keine Tricks mehr machen ich habe auch keine Tricks gemacht dann ist eigentlich so ein Fick der 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 aber da müssen ihr müsst also ich muss doch landen entscheidend nein ich bitte nicht ich will nicht landen müssen wie fahrt man vor angestellt ist David ich weiß nicht äh hast du es schon eingefahren? nein ich habe es nicht ausgefahren aber das muss doch aus das muss doch aus muss ich jetzt auch dort landen? komm schon langsam 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 oh fuck ganz kurz wie landet man? äh so langsam wie möglich aufsetzen ok nice pfff hey Benedikt Camerbatch Oh, das war der Kloch. Hey, gut geladen. Das wird euch zeigen, wie zu hören. Meriweather Security, auf der Porte von L.S. Als wir mit dem, gehen wir zurück zu deinem Platz, und starten mit dem, was ich nichts weiß. Details sind auf deinem Bord. Du bist auf dem Apartment. Du bist auf dem Apartment. Geht! Das ist ein bisschen dumm, oder? Ja. Was? Gold. Also, dass ich Bronze bin, das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Wieso? Ich finde das sehr gerecht. Ich bin einmal gestorben. Ja, und der hat denn gar nicht gestorben. Ich bin auch einmal gestorben. Du bist ja zweimal gestorben, David. Ja, stimmt. Oder? Ja. Egal. Ja, bist du. Okay. Fahrzeugfreischaltung, so. Wir schauen jetzt noch schnell zusammen, wie viel das... ein rotes... ein rotes... ein rotes... Ding. Was? Rotes was? Motorrad. Warum ist das ein rotes... Ein rotes... Ich würde mal Geld anzahlen. Ja, bin ich schon dabei. So, und wir schauen jetzt noch schnell zusammen, wie viel so eine Hydra kostet. Wenn ich dann mal finden werde das da... Danke. WTF? Wer fährt da schon wieder in meiner Karre rum? Nein. Oh, Tobi. Welche war das, was die kaputtgegangen ist? Nicht mehr einer offensichtlich. Ist nicht deine Karre kaputtgegangen? Na. Irgendjemand ist ja mit vollem Karre... Racho neben mir in die Getränkstelle gefahren, ja? Es hat sich sehr cool ausgeschaut. Und die Hydra. Ja, aber das war doch der Tobi, warum bist du nicht tot? Ich weiß es auch nicht. Ganz einfach. Das ist ein Sheetar. Da, wo hast du Krass und Carry. Drei Millionen kostet die... Ein Schnäppchen, oder? Die Hydra. To mir ist das Ziel vertreten. Ich hole mir dieses Bein. Gut. Ja. Will ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play GTA Online. Stay tuned. Bleibt's dran. Äh. Ja. Äh. Ciao. Tschüss. Hehehe. Das ist die Wiese. quéques. Süßes und Turquen.